Perfekt, danke für, oh fuck you, aufwäg, aufwäg dich, ach du scheiße. Wie kam wieder zurück zu einem weiteren Part von LP Your Adventure Map? Okay, ähm, genau, ähm, ich bin ja weiter bei dieser Flying Castle oder sowas, was da war, mir spielt das hohe Stärke, weißt du was, wirklich, tschüss, diese verdammten Bücher, die, die stressen mich langsam, ich hab viel zu viele davon, okay, na dann, Zucker weg, alles, Schwarzwald war sowieso, So, ähm, natürlich sind wir, oh verdammt, sind wir, na, natürlich sind wir hier wieder mit unserem verdammt geilen Special Effect, oh yeah, was, was ist denn das jetzt, fick dich, fick dich, deine Mutter, warum hab ich verlangsamt, verdammt nochmal, so. So, bekommst du eine Belohnung, weißt du, wie ich bekomm? Okay, ich schaff das. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick, 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 fick dich in deinen Mund. Und tschüss, ja, 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 ja. Oh, willst du mich verraschen, Mann? Die ist mir jetzt echt, die ist mir jetzt echt gefolgt, meine Güte. Wie viel Mühe ergeben sich denn solche Hexen überhaupt? Hier kann ja sowieso, kann ja Spinnen drin sein. Hier kann höchstens Skelette sein. Nein, verdammte Scheiße. Oh, was ist denn das jetzt? Wir können auch wieder mir, es ist mir, oh. Warte mal, haben wir? Ja, wackeln, siehste. So, fick dich. Hexe leiden in deinen Mund, so. Fick dich. Oh, Mensch. Und das kann doch nie sein, dass hier echt. Nä. Dass ja wirklich auch Weather Skeletons sind. Das kann doch nie wahr sein. Was ist das denn? Oh, willst du mich verarschen, Mann? In dein Arschloch. Sorry, aber das hat es einfach verdient. so warum nicht weiter so ich hab das nochmals und ab scheiß drauf wir schauen das irgendwann siehst du wir haben es geschafft hier schon mal die Bugs event kriegte ich Skelett auch wenn du so ein cooles Witter-Skelett bist ähm hallo hallo wo geht es denn hier weiter nein 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 verdammte Spinnen okay ich hab es geschafft oh mein Gott fick dich fick dich fick dich fick dich fick dich du Spinnen Spinnen okay wir kommen ja ein bisschen weiter sogar oh mein Gott oh hier hallo ähm hm okay wir schauen mal wo es hier weiter geht ach so hier okay oh mein Gott 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 das ist großartig okay ähm ich versuche jetzt einfach mal hier da rauf zu springen jeweils oh ne 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott fick dich fick dich fick dich kleines hohen sohn und die druckplatte kommst du hier nicht rein die druckplatte fägt dich und wie ich hier reinkomme so naja ein paar bugs hat es hier schon übrigens tut mir leid wegen dem hintergrundgeräusch und ich kann dafür einfach mal nichts ist einfach so manchmal ab und zu arbeiten da so seltsame menschen drin und naja die die erneuern irgendwie die diese wasserpumpen da irgendwie das da kann ich einfach nichts dafür die sind schon die sind einfach den ganzen tag dran das macht mir leid ich kann leider nichts dafür ich kann nichts dagegen dafür und so was so eigentlich beides ich kann nichts dafür nicht kann nichts dagegen kann nicht einfach rausgehen und sagen ich hab mal was mit dem scheiß nicht das funktioniert nicht aber wir haben hey hey meine sachen die sind putt man oh man ok aber schon wir schaffen das wir waren schon da man ok ab beim letzten sprung fehlen wir schon die ganze zeit ok ok ich schaff das ich schaff das nicht dass es jetzt das schwerste jump run ist aber naja ist eigentlich schön sogar also ich muss sagen also diese jump map es ist eine jump map klar aber jetzt mal abgesehen von allen anderen jump maps sie ist wirklich ein bisschen anders als alle anderen jump maps und deshalb spiele ich sie einigermaßen also versuche ich sie einigermaßen auch wirklich zu spielen weil ich finde sie hat einige originelle ideen was anderen jump maps was ich die ich vorhin gespielt hatte nicht hatten checkpoint nichts vergessen so ja zum beispiel auch diese die seltsamen köpfe hier sind auch witzig so ok wo ist jetzt der checkpoint ja hallo ich verarschen sag ich glaube ich bin falsch geglaubt ach egal ich geh jetzt noch mal weiter go 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 gut ok wir haben es geschafft huh oh mein gott oh mein gott das ist ja richtig geil ok checkpoint blau hey wir haben es geschafft cool hey hey okay weiter hebel benötigt ähm eben hallo du darfst nicht die hebel von den checkpoints nehmen weiter hebel benötigt ok hier brauchen wir einen hebel das heißt hebel brauchen wir also den ersten hebel ja ist hier klar so äh äh wir sind jetzt verdammt langsam gewesen und ich sehe hier gar nichts ah cool ich würde mir halt gerne wissen was hier ist und wie ich hier weiterkomme hallo 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 welt hallo habe ich irgendwie einen trank hallo nur für langsamung 4 ok alles klar ok geschafft hui ähm ah hebel cool yeah hu ja ok wir haben es geschafft hebel komm ab wir schaffen das ok oh mein oh mein gosh ok alles klar wie weit geht es noch wie weit wie weit geht noch geht es noch so wir sind jetzt wieder 10 Minuten aufnehmen das ist ja schlimm 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 hä wir sehen nichts mehr oh mein gosh oh mein gosh das ist creepy oh ah ok 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 das macht Sinn ok nein äh wir schaffen das was hallo ich 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 bin die ganze zeit am 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 crouchen oh 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 so alles gut ok blindheit 4 hui noch mehr blindheit ok ok ähm buch pfeile pfeile halt die fresse man da draußen und was ist das jetzt irgendwas tun sie gerade hä hä guck guck das mit dem das ist seltsam warum habe ich so viel blindheit meine scheiße so ähm anscheinend haben wir es geschafft oh yeah kackt mich an so dankeschön perfekt ok ähm mhm 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 alles klar checkpoint tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü tata 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 ich verstehe es nicht ich mache jetzt mal diese sachen hier nicht es ist schuldmen danke aber ich kenne jetzt mal einfach dieses mäßigen tiere ein bisschen schnitzel so perfekt ich schlafe noch mal hier okay alles klar wir sind zwölf minuten aufnehmen und wir wissen schon nicht mehr was wir tun sollen wird hier auf den traum gehen nicht okay ach so okay alles klar ich würde sagen ich verfüge hier noch kurz das hier wollte ich falle dann ein pferd oh mein gosch ein pferd ist das nicht vom anfang oder so war doch auch so weit wie ein pferd warum sind diese treppen seltsam gerichtet verstehe ich nicht egal so nein nicht egal egal okay ähm perfekt danke für auf fuck you auf weg auf weg dich ach du scheiße okay ich will sagen wir jetzt wirklich aufhören ja okay wir sind es manchmal ich hoffe euch hat dieser part gefallen und wir sind es mal bei stanzi drüge 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 ciao Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.